Jetzt geht's los. Denn der gute Herbert Stricker hat mir zwei Flakons geschickt. Ich habe ihn natürlich auch ein bisschen genervt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ihm echt auf den Sack gegangen damit, weil ich natürlich gesehen habe auf dem Instagram von dem guten Herbert, dass der eine oder andere schon hier so einen Tester bekommen hat. Von dem Derby, beziehungsweise von dem Cuatro Rosso, den beiden neuen Düften von Roberto Ugolini. Und ich habe ihn halt echt, ich habe ihn echt irgendwie mit Nachrichten dann so ein bisschen genervt. Aber gestern war dann das Paket da und ich muss ehrlich sagen, der Herbert hat wirklich sich selber übertroffen. Muss ich an der Stelle sagen. Ich bin schon unfassbar gespannt, euch diese beiden vorzustellen. Warum überhaupt Cuatro Rosso? Die Frage stellt sich natürlich, ja. Also Roberto Ugolini ist ja ein Schuhmacher. Ja, also der ist ein Schuster und stellt Schuhe her. Der hat eigentlich sein Atelier in der Straße Rosso mit der Nummer 17 gehabt. Jetzt ist der Herr umgezogen und natürlich haben wir 17 Rosso vorher gehabt und jetzt gibt es eben einen neuen Duft, den Cuatro Rosso. Weil man kann ja nicht umziehen, ohne dann auch gleich ein neues Parfum zu erstellen. Ich möchte erstmal, ich habe hier gerade schon gesehen, Derby ist echt nicht der Rede wert. Finde ich schon der Rede wert. Ich möchte aber trotzdem mit Derby anfangen, weil ich glaube, dass Derby der bekanntere von beiden ist, von der Duft-DNA her. Und ich werde auch gleich erklären, warum. Zunächst mal sieht man von dem ganzen Äußeren her schon so ein bisschen, finde ich, eine Ähnlichkeit zu dem Oxford von Roberto Ugolini, der mich persönlich ja bis dato immer so ein bisschen an den Black-Afghano erinnert hat. Also ich habe zumindest immer gesagt Black-Afghano. Ich meinte aber eigentlich den Duro. Also Nasomato Duro ist ja ein super trockener, holziger Duft mit Pfeffer. Und ich finde, dass der Oxford diese DNA so ein bisschen genommen hat, aber auf ein eleganteres und im Alltag viel tragbareres Level gebracht hat. Denn wenn man den Duro getragen hat, dann hat man hin und wieder schon mal so einen negativen Kommentar bekommen. Also ging es zumindest mir so, weil der schon sehr trocken, sehr orientalisch war. Und mit dem Oxford war es anders, denn der war leichter, tragbarer, eleganter und finde ich einfach auch ein geiler, geiler Alltagsduft. Ja, also die Leute drehen sich danach um, weil sie einfach die Wolke, die man mit diesem Duft hinter sich herzieht, wahrnehmen. Und es ist ein unfassbar nicer Duft, wie ich finde, um den im Alltag zu tragen, wenn man auf hölzerne Düfte steht. Und ja, wie gesagt, vom Flakon her, hier haben wir jetzt einen etwas dunkleren Flakon. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz dunkles Grün. Ich bin mir aber nicht sicher, also es ist auf jeden Fall nicht komplett schwarz, aber es ist so ein ganz, ganz dunkles Grün, glaube ich. Und dann habt ihr oben diese matte Hornkappe, die da oben mit drauf ist. Jo, und hier ist es jetzt übrigens sehr nice Sprayer. Ich weiß nicht, ob der Herbert daran was verändert hat, aber ich glaube, dass die etwas anders sind als die vorigen, weil man es ein bisschen dosieren kann. Ähnlich wie bei den Sprayern von Marc Gebauer, da kann man nämlich auch dosieren, was man mit den alten Ugolinis nicht konnte. Kann mich aber auch täuschen. Genau, und das ist ein Duft, der für mich etwas in die Richtung, ich sag's jetzt, von Black Afghanu geht. Also es ist ein bisschen so eine würzige Komponente mit dabei, so eine krautige Komponente, die mich an den, das ist der Derby tatsächlich, die mich an den Nasomato Black Afghanu erinnert. Was ich aber sagen kann, also das ist nur auf meiner Haut so. Ich weiß nicht, wie es allgemein ist. Ja, jetzt auf dem Teststreifen rieche ich viel mehr Gewürze. Ich glaube, ich rieche hier auch eine deutliche Rose drauf. Ich weiß nicht, ob der schon gelistet ist mit Duftnoten. Artemisia, Basilikum, Kardamom, Jasmin, Piment, Zimt, Kümmel, Mürre, Patchouli, Sandelholz, Vetiver, Zedernholz, Birke und Moschus. Für mich ein würziger Duft. Würziger Anfang, holzige Basis und im weiteren Verlauf irgendwie so ein bisschen was Grün-Krautiges, was mich an den Black Afghanu etwas erinnert. Ich kann mich auch täuschen, es kann auch sein, dass es nur auf meiner Haut so ist, aber auch hier wieder eleganter und transparenter und viel, viel schöner umgesetzt, wie ich finde. Ich meine jetzt, wo ich die Duftnoten lese, ich habe die eben noch nicht gelesen, dass auf jeden Fall so ein bisschen Basilikum hier mir entgegenkommt. Also dieses Kraute-Grüne, kann sein, dass das das Basilikum ist, so eine frische Komponente hat. Und auf jeden Fall, die Jasmin-Note ist schon sehr, 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 sehr präsent hier. Jasmin wird ja häufig von Menschen etwas als, ja, ich will jetzt, ich will jetzt es nicht negativ formulieren, aber so ein bisschen fäkal, weiß ich nicht, so ein bisschen fäkal wahrgenommen. Also Jasmin kann so ein bisschen stinken, wenn es zu viel ist. Und ich meine, dass diese, diese leicht gewöhnungsbedürftige Note, die Jasmin hat, hier etwas durchkommt. Was ich auf jeden Fall auch deutlich wahrnehme, ist der Kardamom. Kardamom hat für mich immer so eine kühlende Komponente, so ein bisschen was Ätherisches, Ölmäßig. Und das kommt hier auch sehr deutlich hervor. Und in der Summe hat es fast schon so ein bisschen eine alkoholische Komponente. Also ihr müsst es verstehen bei, also das ist auch der Grund, warum es mich so an den Black Afghanu vielleicht auch erinnert. Weil einfach diese grüne, krautige, vielleicht auch so ein bisschen alkoholisch-artige Komponente, das ist einfach das, was ich hier auch wieder erkenne. Nichtsdestotrotz aber ein unfassbar schöner Duft. Ich finde es auch eine gute Ergänzung, weil Oxford war ja so ein trockener, holziger Duft. Und hier ist es jetzt so ein bisschen grünholzig, würzig. Ich glaube, dass man hiermit auch nochmal ein paar Leute mehr mit abholen kann. Weil einfach diese Mainstreamigeren Düfte in dem Haus, die hast du halt, ja, also du hast halt den Masoco, der sehr mainstreamig ist. Den Blue Suede Shoes, der fast der tragbarste und mainstreamigste ist. Dann hast du einen super trockenen, holzigen Duft in Oxford, der mega viele Komplimente bringt. Du hast diesen super blumigen Duft oder sehr eleganten, hochwertigen Upscale-Duft, den 17 Rosso. Und dann hast du jetzt neuerdings eben den Derby mit dabei, der auch nochmal mit diesem grünen, krautigen und würzigen Ding und übrigens sehr orientalischen Ding auch nochmal ein oder zwei Leute mehr abholt. Aber ich finde ihn auf jeden Fall sehr schön. Also ich kann das schlecht in Worte fassen, weil man merkt halt, dass es sehr gut auch hier miteinander vermischt worden ist, um es so zu formulieren. Also es ist eine einheitliche DNA und das finde ich eben sehr schön. Was mich aber auf jeden Fall absolut, wann werden die beiden in deinen Shop kommen? Das weiß ich nicht. Das wollte ich den Herbert noch fragen. Also trag dich am besten in meine E-Mail-Liste ein. Einfach in der Videobeschreibung auf YouTube mal auf den Workshop gehen zum Beispiel oder auf die PDF-Dateien oder du trägst die auf meiner Website ein. Ich werde auf jeden Fall eine E-Mail raushauen, wenn die in meinem Shop verfügbar sind. So viel nur zu dem Thema. Was mich aber absolut, absolut vom Hocker gehauen hat, was sagst du zur Qualität Roberto Ugolini versus Sershov? Ich finde ehrlich gesagt, und das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich die halt selber vertreibe, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde Roberto Ugolini von der Qualität her, je nach Duft, deutlich besser nochmal, als das, was man bei Sershov vielleicht bekommt. Es könnte daran liegen, dass das eine kleinere Marke ist. Ich glaube, dass kleinere Marken viel mehr Möglichkeiten auch haben, was Punkte Qualität betrifft, weil du einfach nicht an so große Ressourcen gebunden bist. Wenn jetzt ein Roger Parfums oder ein Sershov einen neuen Duft rausbringt, die haben ja schon eine richtig große Liste und viele Leute, die das abnehmen. Während das hier wirklich eine kleine Manufaktur ist und ich glaube, dass deshalb auch mehr möglich ist in puncto Qualität. Ist natürlich auch immer eine strategische Entscheidung. Wir wissen ja alle, dass Parfums eine relativ hohe Marge haben, also man relativ viel damit auch umsetzen kann oder verdienen kann. Und ich glaube, man hat immer noch Möglichkeiten, einen Duft hoch zu pushen. Und besonders deutlich wird das für mich bei dem Quattro Rosso, über den ich gleich sprechen werde. Was ich aber noch vorweg sagen wollte, weil wir gerade beim Thema Qualität sind, Leute schon gefragt haben, hey, wie sieht das denn aus jetzt mit einer Top 10? Willst du mal eine Top 10 von dem Haus machen? Kann ich gerne machen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde, dass es ein bisschen zugenommen hat. Also das ist deutlich, was heißt ein bisschen, Freunde? Es hat deutlich zugenommen. Also 17 Rosso hat mir schon deutlich besser gefallen und war von der Qualität her ein hohes Stückchen drüber, über dem, was davor passiert ist. Oxford ist schon gut, Masoco ist auch gut, Blue Suede Shoes ist etwas mainstreamig. Da kann man nicht so viel, also man kann das nicht so sehr rechtfertigen, den Leuten gegenüber, so viel Geld für einen Duft auszugeben, der auch in günstigerer Form mit schlechterer Qualität erhältlich ist. In Form von Chanel zum Beispiel. Ich würde sagen, es ist der beste Büroduft, der Blue Suede Shoes, beziehungsweise auch der Masoco. Wenn du Eier hast oder in einem Umfeld arbeitest, was kreativ ist, dann auch der Oxford und der 17 Rosso. Aber Blue Suede Shoes ist einfach so die sichere Bank. Und jetzt ist es aber so mit Derby, also mit 17 Rosso, dann mit Derby und auch mit dem hier, mit dem Quattro Rosso, ist es von der Qualität her wirklich nochmal, hat der Herbert nochmal so auf die 12 gedreht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es unfassbar und besonders deutlich wird das, finde ich, bei dem neuen Main Duft, sage ich jetzt mal. Quattro Rosso ist ein Extrait de Parfum. Und ich kann euch den Verlauf auch mal vorlesen, weil ich habe gestern, ich habe den gestern aufgesprüht, habe dem Herbert direkt geschrieben. Ich habe ihm nämlich geschrieben, die sind sehr lecker geworden, die Düfte. Wird es 17 Rosso nach wie vor geben? Ja, oder? Ja, wird es auch nach wie vor geben. Und wie viel Prozent hat der 4 bitte? Mein Arm glänzt. Das ist nämlich original das, was passiert ist. Und der Herbert hat mir dann geantwortet, 35 Prozent hat der Parfumölanteil. Also wieder Extrait de Parfum, sehr hoch konzentriert und ich verarsche euch nicht, mein Arm hat gestern sehr, sehr stark geglänzt, als ich den aufgesprüht habe. Von der DNA her geht es in eine Richtung, die ich sehr, sehr mag. Denn ich rieche hier eine deutliche Kaffeenote raus. Ich weiß nicht, ob das hier erwähnt wird. Nee, es wird nicht erwähnt. Sondern hier steht in den Duftnoten Bergamot, Angelika, Safran, Rauch, Damascenerose, Ylang-Ylang, schwarzer Pfeffer, Bourbon, Vanille, Ambra, Karamell, Guayak, Holz und Moschus. Ich glaube, dass diese Kaffee-Impression daherkommt, dass es dieses Karamellige ist mit dem Rauch zusammen. Also so ein bisschen verbranntes Karamell. Und Kaffee ist ja, wenn du Kaffee röstest, hast du ja auch so einen sehr, sehr deutlichen Rauch. Ich kenne das halt so sehr, weil in Aachen, wo ich ja wohne aktuell, da ist sehr viel Kaffee. Wir sind ja eine Kaffeekultur. Hat einfach mit der Geschichte von Aachen zu tun, weil Aachen direkt an der niederländischen Grenze liegt. Und natürlich die ganzen Importe aus Amsterdam, was Kaffee betrifft, in Aachen dann auch gelandet sind früher. Deshalb haben wir viele Kaffee-Röster und wirklich eine regelrechte Kaffeekultur. Der Geruch von geröstetem Kaffee ist in dieser Stadt eigentlich allseits präsent. Und dementsprechend weiß ich sehr genau, wie das riecht, wenn man Kaffee röstet. Und ich finde, dass dieser Rauch hier auch wirklich drin vorkommt. Also wenn ich Kaffee meine, meine ich nicht den Kaffee, den du, wenn du an einem Beutel Espressobohnen riechst, sondern wirklich, wenn es im Röster ist, dieses scharf rauchige, wenn die Häutchen abspringen von der Kaffeebohnen, für die Leute, die sich ein bisschen besser auskennen, das rieche ich hier sehr deutlich raus. Und das eben gepaart mit Karamell, finde ich eine unfassbar, unfassbar leckere Geschichte. Ich finde trotzdem, dass dieser Duft eine gewisse Parallele zu dem 17-Rosso hat. Warum? Weil dieselbe Rose hier mit drin ist, finde ich. Und auch so ein bisschen diese dunkle DNA, die der 17-Rosso hatte und dieses Elegante hier mit durchkommt. Nur dann eben irgendwie so auf gerösteten Kaffee getrimmt. Ja, also 17-Rosso nur halt mit so geröstetem Kaffee quasi. Aber auch nicht wirklich, weil diese floralen Noten und dieses dunkle, patchouliartige, schokoladige von 17-Rosso deutlich nochmal runtergeschraubt wurde. Und es ist wirklich jetzt ein würziger, vielschichtiger und sehr schöner, komplexer Duft geworden. So ein bisschen ein Gourmand-Duft, würde ich fast schon sagen. Also hat so ein bisschen so Gourmand-Noten, ist einfach extrem schön und sehr, 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 sehr geil zu tragen. Ich finde es ein klasse Duft für den Herbst, klasse Duft für den Winter. Wie gesagt, mein Arm hat gestern Abend geglänzt von der hohen Konzentration von diesem Duft her. Deshalb würde ich auch davon ausgehen, dass er super lange hält. Braucht man beide, schreibt Rocco? Schon. Ich hasse es zu sagen, braucht man einen Duft. Du brauchst keinen Duft. Ja, also brauchen ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber es ist auf jeden Fall meine Empfehlung, dir den mal anzuschauen. Ich empfehle es dir, weil sich der sehr gut ergänzt mit dem 17-Rosso. 17-Rosso, bisschen heller, bisschen, oder was heißt heller, aber so ein bisschen blumiger einfach. Eleganter, dunkler. Der ist etwas würziger, deutlich würziger. Irgendwie so ein bisschen, also es ist so der böse Bruder von dem 17-Rosso, würde ich mal behaupten. Deshalb braucht man beide, ja, wahrscheinlich schon, wenn dir der 17-Rosso gefallen hat, ist die Chance so hoch, dass dir der hier auch gefällt. Und ich freue mich schon, weil morgen werde ich den das erste Mal auf dem Hals tragen. Ich habe ihn gestern Abend nur kurz auf meinem Handgelenk aufgesprüht und war schon total begeistert und ich glaube, dass der hier nochmal richtig krass abgehen wird. Hat mich so ein bisschen auch an den Kilian Intoxicated vielleicht erinnert. Also in ganz, ganz groben Zügen. Aber es ist rauchiger und einfach auch irgendwie stärker und krasser. Deshalb auf jeden Fall schon mal Daumen nach oben von meiner Seite aus. Ich finde, dass der Herbert sich da von der Qualität her nochmal richtig krass übertroffen hat selber. Sehr, sehr krass. Das waren also jetzt die beiden neuen Ugolinis. Ich werde euch auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn es die in meinem Shop gibt. Es kann auch sehr gut sein, dass ich dann einfach nochmal in einem Stream das erwähne. Tragt euch bitte meine E-Mail-Liste ein, wenn ihr das wissen wollt. Und dann werdet ihr das nicht verpassen.